Ich kam 2019 zu Dermacare und damals hatte ich eigentlich oder mein Anliegen war eine alte Tätowierung bei dem Augenbrauen hier oben. Ja und dann habe ich immer wieder nachgefragt in Wien bei anderen Ärzten, was könnte ich da machen und eben entfernen. Und viele Ärzte haben mich beraten, ich hatte aber diese Sicherheit nicht, die halt mitkam, dass ich sage, okay, hier würde ich mich eigentlich wirklich beraten oder nicht nur beraten lassen, sondern wirklich anfangen und mir diese Behandlung dann wirklich unterziehen. Und dann kam ich auf Empfehlung zu Dermacare von einer Kollegin von mir. Sie hat mir gesagt, Anne-Marie, die Ärzte sind wirklich sehr gut, sie haben bestimmte Lasern, sie sind sehr erfahren, die Ärzte. Geh doch mal hin und schau mal halt, vielleicht gibt es wirklich eine Möglichkeit für dich, das zu entfernen. Und dann kam ich daher bei Herrn Dr. Che, habe ich mich damals beraten lassen, sehr professionell, also er hat sich wirklich Zeit für mich genommen. Er hat mir alles erklärt, wieso das oder diese Behandlung wirklich sehr lange dauern wird, weil eben unterschiedliche Arten von Lasern gebraucht werden. Dann habe ich mich eigentlich behandeln lassen. Ja, es war sehr toll. Es, wie soll ich sagen, also wie gesagt, danach kamen Schwellungen, also es war nicht, ich war schon erschrocken, würde ich sagen, teilweise, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie schaue ich aus. Aber ich wusste ja, dadurch, dass der Arzt mich so gut beraten hat eigentlich vorher, wusste ich ja schon im Voraus, was das alles eigentlich an Nebenwirkungen haben kann. Und trotzdem habe ich mich nie unsicher gefühlt. Es hat mir immer, ich hatte einfach dieses Vertrauen in diesen Arzt und kam weiter. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, wo ich letzte Woche da war. Ich bin sehr glücklich, sehr zufrieden und kann ich nur weiter empfehlen, in dieser Behandlung oder in diesem Bereich jetzt Tätowierung entfernen zu lassen.